Du willst dir einen Gaming Laptop kaufen, kannst dich aber nicht für ein Modell entscheiden? Einen Laptop zu finden, der auch den anstrengendsten Schlachten und verwinkeltsten Dungeons standhält, ohne sich mit zahllosen Rucklern der Grafikkarte und durch Getöse des Lüfters aufzubäumen, ist schwer. Viele Gamer schwören deswegen noch auf Tower, die bis oben hin vollgestopft mit Technik, aber eben kaum beweglich sind. Wir haben für dich drei der besten MSI Gaming Laptops herausgesucht. Alle drei Geräte sind mit i7 oder i9 Prozessor ausgestattet und auf High-End Gaming ausgelegt. Also ist das, was dich den Sieg kostet, künftig nur dein Können und nicht mehr der veraltete Tower mit Windows XP. Das günstigste der drei Modelle ist der MSI GL 75 10SDR-222 mit einem Kaufpreis von knapp 1400 Euro. 17 Zoll Bildschirmdiagonale füllen dein Sichtfeld komplett aus, sodass du das gesamte Spielfeld optimal überblicken kannst. 16 GB RAM überbieten jegliche haushaltsüblichen Laptops um Länge. In-Game-Hänger sind also etwas, was der Vergangenheit angehört. Das neueste Betriebssystem ist mit Windows 10 schon vorinstalliert. So entstehen keine unnötigen Zusatzkosten oder Abo-Fallen, um die du dich kümmern musst. Eine Kombination von einer 512 GB SSD und einer 1 TB großen HDD-Festplatte bieten genug Platz für jahrelanges Datensammeln. Leistungsstarke Lautsprecher und eine vorbildlich bestückte Nvidia-Grafikkarte sowie USB 3.2-Ports sorgen für zusätzliche Features, die du, nachdem du sie getestet hast, sicherlich nicht wieder vermissen willst. Fazit 1.400 Euro für 2,6 Kilo Produktgewicht klingen nach viel, aber für das Geld bekommst du ein maximales Erlebnis. Das nächste Schmuckstück unserer Liste ist der MSI GS75-10SFS-225 Stealth mit einem Kaufpreis von 2.800 Euro. Hier bekommst du ebenfalls einen Bildschirm mit einem Diagonalmaß von 17 Zoll, 16 GB RAM und Windows 10 als vorinstalliertes Paket geliefert. Allerdings wird hier noch mehr geboten. Intel Core i9 und eine unglaubliche Akkulaufzeit von 8 Stunden pro Ladezyklus lassen kein Auge trocken, wenn es um Wünsche geht. Eine 8 GB Grafikkarte von Nvidia übertrifft das erste Modell noch einmal um 2 GB. Der rasante Programmstart und die vergleichslose Tracking-Präzision nehmen es mit jedem Gegner im One-on-One auf. Auch das Gewicht wurde optimiert. 2,4 Kilo wiegt dieses Paradebeispiel dafür, was moderne Technik zu leisten vermag. Wenn du also wirklich solch eine Stange Geld für einen Laptop ausgeben willst, bist du hier mehr als gut beraten. Jedes Feature lief offensichtlich über ewiges Feintuning, sodass kein Millimeter überbleibt, den MSI nicht zu nutzen wusste. Das Flaggschiff unserer Liste ist der MSI GS 6610SGS-205 Stealth mit 3.500 Euro Einkaufspreis. Doch dieser Preis ist begründet. Der Vorzeigelaptop gewann den Red Dot und den IF Design Award 2020 und ist auch sonst die Nummer 1 unter den MSI Laptops mit i9 Prozessor. Die Bildschirmdiagonale ist zwar mit 15,6 Zoll etwas kleiner ausgefallen als bei der Konkurrenz, dafür liefert er aber unter der Hauptbar ab. 2 TB SSD und ein sagenhafter Arbeitsspeicher mit der Größe von 32 GB RAM ist fast zu schön, um wahr zu sein. 10 Stunden Akkulaufzeit sorgen dafür, dass dich dein treuer Begleiter von MSI fast den ganzen Tag auf Trab hält. Die 8 verbauten Prozessorkerne und verschiedenen Bildschirmmodi geben nicht nur beim Gaming die Power, die du brauchst. Auch für anspruchsvolle Arbeiten ist sich dieser Laptop nicht zu schade. Solltest du also einen Laptop suchen, der dir jahrelang treu dient und für jede Gelegenheit die passende Technik bereithält, dann greif bei diesem Bollwerk zu. Das waren unsere Empfehlungen für den besten MSI Gaming Laptop. Wir hoffen, wir konnten dir bei deiner Entscheidung helfen und du schaltest auch das nächste Mal wieder ein, wenn dich ein Produkt interessiert. Bis zum nächsten Mal.